Hallo Freunde der virtuellen Realität! Schön, dass ihr es zum heutigen Gameplay eingeschaltet habt. Wir zocken Budget Cuts Ultimate. Budget Cuts ist ein Game, das es schon ziemlich lange gibt. Das gab es damals schon zum Release der HTC Vive. Es ist ein richtig cooles VR-Schleich-Game, wo man wirklich aufpassen muss, wann die Gegner wo sind. Ein richtig cooles Game, mir gefällt es. Das bekommt jetzt eine Neuauflage, soll 13 Level beinhalten mit einem Arcade Mode, wo man dann auch Zeitlupe und sowas einstellen kann, also super viele Sachen. Budget Cuts Ultimate beinhaltet Teil 1 und Teil 2, also es gab zwei Teile dazu. Und ja, das haben die alles zusammengefasst, auch aufpoliert für die aktuellen VR-Plattformen. Ich zocke jetzt mit der PSVR 2. Release ist glaube ich auch auf der Quest 2. Und ja, ich würde sagen, im Spiel erkläre ich euch ein paar Dinge. Ich will jetzt auch nicht so viel Spielzeit euch zeigen, aber ich finde das ist ein richtig cooles Game, was jeder mal gesehen haben sollte. Und ja, wir fangen einfach mal ein neues Game an. Dann gehen wir auch ganz kurz in die Einstellungen. Wir haben Bedienhilfe Distanz-Grabben. Das heißt, wenn irgendwas auch vor uns auf dem Boden liegt, können wir das zu uns packen. Ist wichtig für Leute, die im Sitzen spielen, gerne spielen oder spielen müssen. Ich sage dann immer, im Rollstuhl gibt es auch einige VR-Spieler. Und für die ist das auch sehr wichtig. Sanfte Bewegung, Rabatt gehen, joggen. Wir machen einfach mal Joggen. Schnell drehen, Karussell. Das kann ruhig schnell sein. Blickrichtung, Zweck. Also hier kann man einiges einstellen. Ich weiß nicht, was grüne Messer sind. Dann haben wir hier Cheats aktivieren. Das kann man machen, mache ich aber jetzt nicht. Cheats machen einen immer so, dass das Spiel ein bisschen kaputt ist. Kann man am Ende machen. Wenn man das Game einmal durchgespielt hat. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Game. Und viel Spaß. So, hier sind wir im Game. Und was ich vergessen habe, es soll, glaube ich, über 10 Stunden Spielzeit haben. Je nachdem, wie man spielt. Und ja, das ist schon einiges. So, wir haben jetzt hier unsere Werkzeuge, sage ich einfach mal. Hier können wir uns Sachen nehmen. Auch wieder greifen. Wenn die nicht zu weit weg sind, kann man die auch noch so greifen. Das ist jetzt vorbei. Da müsste ich ein bisschen nach vorne gehen. Also, wir haben einen gewissen Radius, wo wir uns das wieder packen können. Dann haben wir einmal Werkzeuge, die wir auf beiden Händen installieren können. Das ist unsere Portal Gun, nenne ich die einfach mal. Oder Kamera Gun. Also, hier haben wir auf jeden Fall so einen Punkt, wo wir eine Kamera schmeißen. Und dann kann man um die Ecke schauen. Man kann sich auch selber anschauen. Hallo. Und kann so schauen, ist da ein Gegner? Kann ich da jetzt hin? Und per Trigger teleportiert man dann an diese Stelle auch hin. Und ja, man bekommt nachher noch mehrere Werkzeuge dazu. So, jetzt schauen wir mal in diesen dunklen Raum, ob hier alles safe ist. Okay, da sehe ich eine Lüftungsklappe, wo wir gleich durch können. Sieht gut aus. Gehen wir hin. Also, wir befinden uns jetzt auch noch im Tutorial. Also, keine Angst. Hier kann noch nichts passieren. Noch nicht, glaube ich. So, wir haben auch ein Inventar. Das öffnen wir über die Taste. Und da können wir dann die Sachen reinlegen, die wir so finden. Wenn wir es unbedingt wollen. Wollen wir jetzt nicht. So. Haarstuhl aktivieren. Oh. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Allen. 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 Ich kann dich hören, Kate. Ich wähle nur, nicht zu reagieren. So, was ich euch noch zeigen möchte, wir haben hier auch einen kleinen Übersetzer, also wer eigentlich nicht gut kann, kann sich das hier dann übersetzen lassen. So, Urlaubsanträge, alles abgelehnt. Okay, der ist K.O. Hallo? Okay, wir haben... Ich weiß nicht. Ah, da zeigt es auch, dass es einen Übersetzer gibt. Was ist das? Okay, kann man sonst irgendwas machen hier? Ah, das ist Hörsch! Bist du gegrübt? Sagt aber auch keiner was hier, ne? Ja, aber was du nicht weißt, ist, dass sie nie zurückkommen. Was? Was? Bist du sicher? Positiv! Sie haben ein Gespräch mit EHR und dann... Puh! Never seen again! Das ist... Worrying. Komm, den kriegen wir da auch mal, oder? Du bist abgelehnt, Junge! Okay. Hallo, human-co-worker! Hi! 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 Mein Name ist Winta. Wir können später die lustigen Erinnerungen machen. Aber du bist in riesigen Gefahr. Die Leute sind immer hier draußen. Und ich will dir sagen, aber sie kommen für dich. Jetzt verschwinden Leute? Wir müssen schnell gehen. Siehst du, das lockte Briefcase? Ja. Ich habe die Schlüssel für dich auf deiner Desk. Ich zeige dir, wo du ihn findest. Innerhalb ist der Translocator. Es ist ein spezielles Gehe-Demis, das du kannst aus der Geburt, so schnell wie du kannst. In der Blume? Ah! Guck mal! Ja! Find der Elevator. Geh zum 3rd Floor. Das ist mir! Okay. Das ist unsere Teleport-Gun, die wir eben schon gesehen haben. Dann drücken wir uns mal einfach. Noch sind ja alle Lied hier. Kann ich hier rüber? Ich habe es schon mal gespielt. Ich kann mich erinnern, dass man da lang kann. Entkommen in dem Gebäude. Oh, guck mal. Hi! Okay. Komm mit den Gebäuden. Komm mit den Gebäuden. Oh, da liegt eine. Da liegt auch was. Komm mal her. Rex! Okay, wir gehen mal zum Fahrstuhl. Dann müssen wir ja schließlich hin. Und wir sollen in den dritten Stock. Was versuchen wir jetzt? Telefoniere. 2048. Oh, da ist ein Telefon. Wir gucken aber erstmal um die Ecke. Die sind böse, definitiv. Also die sollten uns besser nicht sehen. So. 2048. All right. You made it. The quickest way to the exit is via the acquisitions department. But there are robots of the unfriendly kind of head. Transcorp insist on using military-grade assault robots for supervisor duties. So efficient. Not. Oh, you'll need an access card. I think the manager on this floor might have one. Grab it and head to acquisitions. Good luck. Go to acquisitions. Might need keycard. Watch out. Also. Das Schöne ist, wenn man das Menü so anpasst, dann kann man sich auch ganz normal bewegen. Und für die wichtigen Dinge kann man sich dann halt teleportieren. Hier brauchen wir jetzt eine Keycard. Das heißt, wir müssen uns definitiv versuchen. Aber am besten ohne, dass der uns sieht. Oh, da ist auch einer. Okay, okay. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Jetzt kann man uns mal umschauen. Okay. Jetzt kann man uns mal umschauen. Okay. Jetzt sind wir hier. Jetzt kann man uns die Keycard holen. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Okay. 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 So, wir haben. Wir haben die Karte. Wir haben die Karte. Wir haben die Karte. Oh ja, ja. Du musst ja irgendwie wieder raus. Scheiße, der hat uns. Das war schlecht. Jetzt kann ich hier auch nicht raus, ne? Der steht jetzt gleich hier. Gut wäre, wenn hier ein Loch dran wäre. Der steht direkt hier. Hau ab! Hau einfach ab! Okay, Alarm ist vorbei scheinbar. Okay. 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 Das muss ich da hinten? Das ist ganz gut. Also ich bin jetzt erstmal in Sicherheit, würde ich sagen. Wir haben die Karte. Schnell, schnell, schnell. Okay. Tschüss. So, das war glaube ich Level 1. Man kann auch essen. Nicht schlecht. Aha. Okay, das ist aber alles mit Keycard. Das heißt, hier kommen wir später wahrscheinlich hin. Hier aber auch. Ich glaube aber hier kann man bestimmt mit unserer Keycard durch. Nein. Okay. Kann man hier was machen? auch nicht. Dann gehen wir nochmal nach oben. Kommen wir hier mit irgendwas? Nein. Moment. Ach guck mal hier. Damit kann man durch. Okay. 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 Schauen wir mal, sieht safe aus, dann aber auch ein mickriger Arbeitsplatz. So, hier haben wir nichts mehr. Was ist das denn hier? Okay, Toilette. Okay, der ist das in Lieber. Da kann man eigentlich hin, ne? Okay. Okay. Telefoniere. Da ist eine. Aber erstmal so ein Keks. Okay. 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 Wenn man runter guckt. Man darf sie nicht anschauen. Dann passiert auch scheinbar nix. Das ist jemanden. Das ist jemanden. Hallo, staff. Es ist ein glückliches Tag in der Distributions-Departement. Das hat er nicht so zu lösen. Guck mal her. Hallo. Die sind doch nicht schlecht, oder? Da kann man bestimmt ein paar mit killen. 1598. Hi, so, the good folk of Distributions have already distributed the knives, I mean, letter openers, to all the office supply rooms, grab some on your way through to the cybernetics department. I know, it seems a bit ominous, but it's the quickest path to the exit. Good luck. Okay. New cybernetics exit. Watch out. Super. I love my job. I love my job. Hi. Okay. Oh, yes. Kybernetik erreichen. Okay. Okay. Oh, yes. Und hier können wir Darts spielen. Okay. Schauen wir mal, was da hier ist. Da können wir auch hin. Okay, brauchen wir eigentlich nicht hin. Good news, Employees. Change your catch up with Adam or just around the corner. I don't know much y'all look forward to seeing him. Mr. Freyly reminder, he's busier than a funeral home fan in July, so don't make your appointment. Ach, das ist doch eigentlich das Torturiel gewesen, ne? Aber jetzt haben wir ja ein Messer. Vielleicht? Puh. Na, komm her. Ist ja ein bisschen schieten. Wir wissen ja, was kommt. Okay, das ist doch schon mal was. Dann können wir uns die Messer wiederholen. Leider nein, okay. Nein. Nein. Attention, rogue human alert. Human employee number 4, the people I'm missing from designated workstation. Military response at the last. Reclate any lifelike behavior to HR. Lockdown in effect. Okay, die schlangen hier ganz schön an alarm hier. Okay, die schlangen hier ganz schön an alarm hier. Das sieht doch gut aus. Da erwischt er mich erst mal nicht. Guck mal, Level 2. Also ich gehe jetzt erst mal davon aus, dass wir Level 1 nicht mehr brauchen. Aber, naja, komm, noch haben wir Platz. Wenn wir gleich ein Messer finden, würde ich das aber wegschmeißen, weil Messer sind jetzt gerade wichtiger. Und da ist bestimmt Level 2, ne? Ja, okay. Ich schlangen hier ein, weil wir hier brauchen. Da. Zu. So, können wir schon mal dazu machen, das ist doch schon mal gut, wenn man auch die aussperren kann. Okay. 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 So, wo musst du da hin? Hm, Ausgang lokalisieren. Guck mal hier, da ist ein bisschen was besonderes hier, oder? Das wäre cool, wenn man den... Okay, mein Achievement. Okay. Ich bin tot. Ja Leute, aber ich würde sagen, hören wir hier auf. Ich habe schon länger gespielt, als ich eigentlich wollte. Ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut. Man kann hier richtig viel Zeit investieren. Ja, die haben es ein bisschen aufgehübscht, sage ich mal, für die Playstation auf jeden Fall. Aber mir ist jetzt nicht so mega was aufgefallen, dass jetzt High End Grafik da drin wäre. Aber muss es auch gar nicht sein. Die Grafik gefällt mir so ganz gut, so wie sie ist. Ich brauche mal kurz die Kopfhörer weg. Und ja, Inventar hätte ich gerne von den Messern gerne, dass ich das irgendwo hier dran machen kann. Und nicht erst über Knopfdruck ins Inventar muss und dann das Messer. Aber gut, ich hätte jetzt auch schleichen müssen und nicht einfach mit Vollgas auf die Leute drauf. Es ist ein Schleichspiel, das ist ganz klar. Von daher habe ich es natürlich nicht so gespielt, wie es sollte. Aber ja, trotzdem. Mir macht es Spaß. Ich kann es nur empfehlen. Also von mir her kriegt das Game definitiv eine Empfehlung. Und ja, ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Gerne in die Comments reinhauen, was ihr von dem Spiel haltet. Habt ihr es schon komplett durchgespielt auf anderen Plattformen? Oder ja, ist es neu für euch? Und ist es eventuell jetzt was für euch? Und ihr holt euch das jetzt für die Playstation, für die Quest oder sonst was? Gerne mal in die Comments reinschreiben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auf ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Und ja, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.